Automatische Verblisterungsmaschine zum Verblistern von Tabletten, Gelatinikapseln und Pillen. Maximale Blistergröße 80 x 100 mm, Maschentiefe 26 mm. Kompakte Größe und Gewicht. Geeignet für die Kleinserienproduktion und Verpackung von Tabletten und Gelatinikapseln. Produktionskapazität von 2400 Blistern pro Stunde. Maximale Automatisierung aller Prozesse. Hergestellt aus rostfreiem Stahl gemäß den GMP-Normen. Wir liefern detaillierte Anweisungen für die Einrichtung der Blisteranlage. Vor der Auslieferung an einen Kunden werden die Geräte im Werk geprüft und getestet. Vollständiger Satz und Funktionsdüchtigkeit sind garantiert. Erfahrene Spezialisten der Firma Minipress helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätemodells. Unser Katalog Minipress.ru ist einer der maßgeblichen in der pharmazeutischen Industrie. Jeden Tag beantwortet ein Berater Fragen zu WhatsApp, Art, Plus 7, 985, 364, 38, 08. Sie können auch eine Anfrage an, E-Mail, Info, Doc, Minipress, Dot, Roh, senden. Wir unterhalten ein Lager mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien. Der Preis versteht sich einschließlich der Lieferung in die Stadt des Käufers. Punkt. Automatische Verblisterungsmaschine für Tabletten und Kapseln MN 88, Schneidefrequenz 10-40x pro Minute, Kapazität 2400 Blister pro Stunde, Blisterformgröße 80x100x26 mm, Standardhubbereich 20-70 mm einstellbar, Luftdruck 0,6-0,8 MPa, PVC-Dicken 0,15-0,5 mm, PVC-Rollenbreite 88 mm, Aluminiumfolie Dicke 0,02-0,035 mm, Aluminiumfolienrolle Breite 88 mm, Dicke des laminierten Papiers 50-100 g, Laminierte Papierrolle Breite 88 mm, Blisterplattenkühlung mit fließendem Wasser oder zirkulierendem Wasser, Geräuschbegel weniger als 75 Dezibel, Leistung 380 Watt, 220 Volt, 50 Hertz, 1,8 Kilowatt, Verpackungsgröße 900 mm x 460 mm x 890 mm, Gewicht 380 Kilo, Gewicht mit Verpackung 450 Kilogramm. Es grüßt Sie die Gesellschaft minipress.ru. Wir bieten professionelle Beratung bei der Auswahl beliebiger pharmazeutischer Ausstattung an. Großer Katalog neuer Ausstattung von Fabriken aus China, Indien, Korea, Taiwan. Suche nach gebrauchter pharmazeutischer Ausstattung aus Europa und Russland. Wir stehen bei der Auswahl der Lieferung und der pharmazeutischen Ausstattung nach Deutschland zur Seite. Wir haben große Erfahrungen und Kenntnisse von der Technologie. In unseren Katalogen viele Videos, Fotos, Beschreibungen von verschiedener Ausstattung. Wir kompletieren Linien und einzelne Maschinen nach Produktionsmustern. Das gesamte Sortiment der begleitenden Waren, Verpackung, Rohstoffe, Verbrauchsmaterialien. Berater Roman Zibulski plus 7 495 364 38 08. Telefon in Minsk plus 375 29 308 0000. E-mail info at minipress.ru Guten Tag, ich heiße Roman Zibulski und ich bin Gründer und Inhaber des Katalogs der pharmazeutischen Ausstattung minipress.ru. Jeden Tag seit schon 17 Jahren beschäftige ich mich damit, dass ich unseren Kunden bei der Auswahl, Lieferung und Zollabfertigung der pharmazeutischen Ausstattung behilflich bin. Ich nehme jährlich an den Ausstellungen pharmazeutischer Ausstattung auf, der ganzen Welt teil. Mein Ziel ist es, neue Modelle der besten Qualität für meinen Katalog zu finden. In meinem Katalog sind vertreten Tablettenpressen, Blistermaschinen, Tragekesseln, verschiedene Verpackungs- und Produktionsgeräte. Großes Sortiment an Laborgeräten, angefangen mit kompakten Lösungen für den Tisch aufstellen, bis zu Lösungen für den Beginn einer geschäftlichen pharmazeutischen Tätigkeit. In einem jeden Fall, wenn Sie kein Modell gefunden haben, das für Sie passen würde, wenden Sie sich bitte an mich und ich werde Ihnen die besten Optionen vorstellen. Ich stelle meinen Kunden nicht nur Informationen über die Ausstattung, sondern auch die Angaben zu verschiedenen Technologien für verfügen. Guten Tag, mein Name ist Roman Zibulski und ich bin der Gründer und Eigentümer des Katalogs für pharmazeutische Ausrüstung Minipress.ru. Seit 20 Jahren helfe ich unseren Kunden jeden Tag bei der Auswahl und Lieferung von pharmazeutischen Geräten. Jedes Jahr nehme ich an Ausstellungen für pharmazeutische Geräte in der ganzen Welt teil. Mein Ziel ist es, neue Modelle von bester Qualität für meinen Katalog zu finden. In meinem Katalog finden Sie Tablettenpressen, Verblisterungsmaschinen, Baggerkessel, verschiedene Verpackungs- und Produktionsanlagen. Eine große Auswahl an Labormaschinen, kompakte Tischgeräte für die Gründung eines Pharmaunternehmens. Wenn Sie das von Ihnen benötigte Modell nicht gefunden haben, kontaktieren Sie mich, ich werde Ihnen die beste Option vorstellen. Ich biete meinen Kunden nicht nur Informationen über die Geräte, sondern auch Daten über verschiedene Technologien. Ich kenne mich in diesem Bereich sehr gut aus und habe viel Erfahrung gesammelt, meine eigene und die meiner Kunden. Im Katalog finden sich verschiedene Arten von Geräten, die in China, Indien, Taiwan, Korea und auch von europäischen Herstellern hergestellt werden. Mein Team löst alle Fragen, die mit der Auswahl, dem Kauf und der Lieferung von Geräten zusammenhängen. Jeden Tag können Sie mich über alle verfügbaren Kommunikationsmittel kontaktieren, per Telefon, Skype oder E-Mail. Ich bin bereit, Ihnen mit all meiner Erfahrung und meinem Wissen bei der Auswahl von formatastischen Geräten zu helfen. Ich werde froh sein, Sie als meine Kunden zu sehen.